Hallo, es ist wieder Wundertütenzeit. Ich habe noch mehr Marvel Wundertüten gefunden, drei Stück. Und die möchte ich heute mit euch auspacken. Viel Spaß bei diesem Video. So, letztens habe ich eine ausgepackt. Da hatten wir einmal Black Widow dabei. Und ich glaube Spiderman war das. Ja, glaube ich schon. So, die beiden. Mal gucken, ob die beiden jetzt auch dabei sind oder ob wir mal andere Dampfwürfen haben. Jetzt haben wir drei Stück. Jetzt werden wir hier sehen, welche ungefähr immer dabei sind. So, da fangen wir mit der ersten hier an. Die kosten 5,99 Euro. Zwei Magazine, zwei Extras. Ich hoffe, dass ich mal einen Iron Man dabei habe. Oder wieder ein Komik. Ach, wie süß, eine kleine Schildkröte. So, Donner. Spiderman als Komik. Habe ich beim ersten auch gehabt. Das ist ganz cool, dass hier diese ganzen Netzteile mit bei sind. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann kommt der erst mal zur Seite. Und das war der. Wieder Black Widow mit Booster. Also es ist höchstwahrscheinlich, dass wir die beiden immer an den Tüten haben werden. Aber dafür packen wir die Anna mal aus. Ja, hier könnt ihr es schon sehen. Black Widow ist auch wieder dabei. Und ein Komik. Also denken wir mal, Spider-Man wieder dabei ist. Tadaa. Wieder ist auch der gleiche Komiker. Oh, den haben sie auch toll draufgeklebt. Ja, sehr lieblos draufgeballert. Jups. Und dann den dritten. Ach, ich will da falsch rum. Ah, das Ecken hat knickiger Kleber mit bei. Das ist schon wieder die gleiche. Ja, wir haben kein Glück. Wieder Spiderman. Und wieder Black Widow. Bisschen. Also die habt ihr höchstwahrscheinlich drin. So fast 100%. Also habe ich jetzt hier Spiderman. Das ist nicht schlecht, die Teile kann man auch gebrauchen. Und dann viermal Black Widow mit den anderen Wundertüten. So, wenn ihr die braucht, unbedingt kaufen. Wenn nicht, dann lass es lieber. Also kann man ein-, zweimal kaufen, aber mehr auch nicht. Wenn ihr immer die Bleichen dabei habt. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Guckt ganz fleißig mal in anderen Videos. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.